Jetzt halbrechts abbiegen. 2,3 Kilometer der Strasse von dem 26.04.2014 2,3 Kilometer der Strasse von 23.04.2014 3,4 Kilometer der Strasse von 24.04.2014 Hier Gasthaus. Ja, haben die auch. Ne, die haben nur was zum Essen. So ein Wert. Ah, wird sich schon was finden. So. Einen Kilometer rechts abbiegen. Einen Kilometer rechts abbiegen. Man back! Wie kommt das? Da gibt es immer wieder die Nachdenr DB cara. Man back Was war da? Oder? Ja, ja Was freut man? Shopping? Nee, nee Ja, ja Ja, ja Gasthof In 300 Metern rechts am Biegen in die Bundesstraße Na, dann Bundesstraße sowieso fährt man was Da fährt man was Da ist rechts abbiegen Ah, Biegen war hier 4,9 Kilometer der Straße oben 4,9 Kilometer der Straße oben Ja Ja, Gasthof Wo war denn der letzte, oder? Stimmt Ja, da soll ich mal fragen Nach vorne 4,9 Kilometer 4,9 Kilometer Hier fahren Ja Ja Das ist so verrückte So, 100 Meter dauern Alles noch Nicht hier Links hier oben Jetzt rechts abbiegen Ja, das ist links oben, ja genau Das war alles Tutscher, ne? Da ist nichts, das kannst du vergessen Boah Dann fahren wir ja weg Etwas besser aus Alles gut, da ist auch nichts Alles gut, da ist auch nichts Ja Dann gucken wir hier noch mal 5,5 Kilometer der Straße Wenn sich noch mehr Da sind Kragen voll Und klappern wir hier wieder Ja 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 Ich brauche Karetzen Ich brauche Ich meine So, das ist hier ein Kaltschach. Moment, mal kurz. Ich bin ja gleich rechts vorbei, so. Gibt's doch nicht. Das ist mir hart, oder? So rechts. Die Gas. Da vorne ist irgendwie die Polizei. Da vorne ist irgendwie die Polizei. So filmen da, wo wir hin. Da sind wir den auch geholt. Da. Da sind wir den auch geholt. Da. 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 Das ist ein Leihau-Pink, das ist ein Leihau-Pink. 1 Kilometer dann links abbiegen, dann rechts abbiegen. In 300 Metern links abbiegen, aufmachen, dann rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Abbiegen. Ich hoffe, wir sind noch nicht so weit, weil wir jetzt noch kälter sind. Jetzt kommen wir so von außen an. Wach. Und noch nicht in den Karten. Ein bisschen wach. So, Felgen, Landhaus, Lind und Felgen. Biseursalon haben sie hier und Landhaus Servus. Das ist, hier rein. Da ist Landhaus. Landhaus Servus. Oder was war das? Wir kommen nochmal hier. Das wird ja irgendwo sein. Da ist das ja. Landhaus Servus. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hier ist es. Ja, hier ist es. Das wird glücklich machen, super. Mal gucken, das ist schon schmalt. Flangen. Das brauche ich auch dringend. Hier fahren. So. Ah, nur für Damen ist das alles. Und eine Beautyfarbe. Ja. Ja, und dann haben sie jetzt natürlich geschlossen. Weil sie nicht genug Damen haben. Naja. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter. Und dann zurück. Dann fahren wir auch wieder zurück. Ich denke mal, das war hier unten irgendwo, oder? Ich denke mal, das war hier unten irgendwo, oder? Okay, liegt hier längs. So, längs. So. Jetzt kriegen wir alles im Griff heute. So, fahren wir. hier wieder runter. Und Stopp. Spielcassino. Oh, da kann ich ja hingehen. Das ist ja eine holle Straße von sich. Ist ja auch erst 20.32 Uhr. Das wird also jetzt ein bisschen düster. Da fahren wir. Da fahren wir geradeaus. mit dem Feld. Da werden wir sein. Und auf der Feld. Und erst mal schwimmt. Und erst mal schwimmt. In der Feld. Da.